Ich hab schon drauf gewartet, ey. Wir können endlich unsere Sucht ausleben. Haben wir ein Taxi hier? Also, erst klauen, dann Taxi. Aber scheinbar nicht. Nein. So, JNR. Mir kommt das alles so ein bisschen... Leck mich, ey. Mir kommt das alles so ein bisschen mattfarben hier vorne. Ich weiß nicht, so ein bisschen ausgebleicht. Grau. Unser grauer Alltag. Ach, da ist es ja schon. Ja, Wahnsinn. So, welcome. Also, wenn du mir im Weg stehst, sorry, dann kann ich da aber nichts für. Alles klar. Ich würd gern Also, ich find ganz ehrlich, es sieht ziemlich geil aus. Hier, Internet hier, ist ziemlich geil. So. Der in der hintersten Ecke ist schon besetzt. Ich verstehe das schon. Ha, if you know. So, web. Wir haben eine E-Mail. Willkommen bei E-Mail. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der Neueste. Ähm. Bitte aktivieren Sie mein E-Mail-Konto. Juhu. So, jetzt können wir hier viel krassen Stuff machen. Und viel krassen Stuff machen. Autoerotica.com. Autoerotica.com Okay, und krassen Stuff können wir auch machen. Äh, können wir eine E-Mail schreiben eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Glaube nicht. Shitster. Klar. Aha, P2P. Interessant. Fileshare. Mhm. Mhm. Link disabled. Ja, super. Weißt du, ich will hier gerade richtig loslegen und... Naja. So. Lead. Wenn ich das schon lese, ist mir schon sympathisch hier. Kann ich hier irgendwas eingeben? Äh, YouTube.com Geht nicht. Okay, ich krieg das hin. YouTube.com Slash Geht nicht. Man kann kein Slash eingeben. Okay. So. Homebutton. Escape. Ähm. Ich würd gern raus hier. Ja, ich weiß, wie es geht. Danke. Ich will hier raus. Eh. Das wusste ich natürlich. So. Wir sind jetzt immer online. Da kommen teilweise ziemlich lustige E-Mails rein. Aber auch nur teilweise. Und... Das war Schleichwerbung. Och, hallo. Mal bitte mal ein bisschen Waffe benutzen dürfen. Ich glaub, es geht los. Ja. Komm back. This is crazy. Ja. Ich hab'n. 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 E-Mail-Account. See. Hello. Hello. Hast du... Die hatten... Oh, scheiße. Ist die angepisst. Fuck. Fuck. Die hatten Besen. Alter. Nein. 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 Ich will irgendwie zusammenschlagen. Alter. Ich seh' das. Wir sehen... Ich seh's in ihr... Der Besen ist weg. Ich wollte nicht ablehnen. Wegen dir muss ich ablehnen. Wegen euch muss ich... Ich hab'n. Roman enttäuscht. Roman, I... I'm sorry, man. I can't do it. Sorry, man. So, trotzdem. Äh... Ich hab' Roman. Das war nicht gut. Ich kann ihn vielleicht anrufen. Kann ich ihn anrufen? Was wolltest du mir sagen? Ja. Ich werd' die Jobs auch ganz gekonnt ignorieren, weil... Warum soll ich mir extra Arbeit machen für was, was mich nicht interessiert? Dieses Auto sieht richtig gut aus. Ich will's haben. Captain Nico Obbius Bellic oder was? So. Bisschen die Straßen bewässern. Oh, das Handling ist ja richtig scheiße von dem Teil. 100 Punkte! Wui! Das macht richtig Spaß. Haha. Lol. Ruffel. Ja, weiß ich auch nicht. So. Jacob, ich hoffe, du hast den guten... Oh, jetzt rastest du auch nicht so aus, man. Meine Güte. Jacob, ich hoffe, du hast den guten Stuff hier. Shadow. Was geht? Hey! Hey, boy. Don't move. Don't move. Don't move, boy. How are you? Where you come from? How are you? Hey, man. I'm here to see Jacob. It's Nico. Nico? Batman, was go on doing this up? Some boy done saw beat off the door. Some boy done saw call himself Nico, say he won't see you, old boy. Nico? I'm a boy that Batman, man. Yo. Free up the boy, man, yo. Yo, boy that? Yeah. Sure. Come on, you. Come on. The clubstays get out of the jail for one thing, man. You wanna control the taxi? My dad, you have people knock on people door and thing, you have cable and thing. No, it's okay. Yeah, man. See, you tell? Hey, don't worry about it. You have to watch when you're there, you know? See how your boy over there is a Nico, cause these with them same name. Oh, Nico. You all right? Hey, no problem. As good an introduction as any other. Yeah, me hear that, you know? Anyway, some boy around with Batman, you know, and I want to ask you a favor. Go on now. Hey, my youth. Some boy of them dip on the corner and thing, and the boy of them sell some things and thing, and I go on and I say, oh, them don't want to give me my money and thing, and every corner of my corner, and I want my money and thing, you know? I don't say that I go go in, I want to deal with the keys proper. You know what I see? All right. Let me explain. It's a business thing that's going down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed. And they're not cutting me. Okay. Same way, you go down there and deal with them. See? Right. It's not going to be cheap. Where do I find them? Cheap? Cheap, my youth. Yeah, worry about cheap. We're not worry about cheap, you know? The boy of them dip on the corner, I say, the boy of them have the things on my corner, that and thing, and I say, every corner on my corner, and thing, and I'm going to write that to the boy of them and go on and say, oh, they want to give me my money. Oh, something for go on with that. All right. Hear me now. What the bad man is saying is, the boy of them are some novice. You go find them when you go up on the corner of alpha and something about that. See? When you go down there, you go see and just deal with them. See? And you'll find out how them work. All right? All right. All right. You want someone to split for you? No, thanks. You sure? I'm sure. All right. Respect. Mario, pass me some of that thing we have over there, sir. All right. All right, King. So. All right. So. Die geben sich schon den guten Staff. Wir machen die Drecksarbeit, aber ist nicht billig, also geht glaube ich in Ordnung. Taxi wieder mal. Es ist die Altbewehrte-Kante suche. Natürlich, so. Alles klar. Please bring me to that Ziel, ähm, ähm, Goal, Ort, ähm, Town. Bring me to that Goal Town, so. Englisch für Fortgeschrittene, Englisch für Runaways. Immer noch ein Klassiker. Ich steh hier nur so rum. Na, so, wir rennen mal. Wir sind halt wirklich unsichtbar, ey. Weil wir heftig sind, Junge. Wie kann man sich ducken? See, was? Nein, das war eine... Nein, das wollte ich nicht. Ähm, Schiff. Nein, Quatsch. Mit Schiff drenne ich ja. Caps, SDRG. SDRG, alles klar. So, SDRG. Nee, das war total unnötig zu ducken, aber egal. Der ist ja immer komplett behindert um den Block gelaufen. Was will der eigentlich, ey? Oh, Roman. Willst du mich verarschen? Halt's mal auf. Aber immerhin hat er mal Klartext geredet, ey. Und dieser Pussy mal gesagt, Junge. Ich hab ein bisschen zu erledigen, hat er. Von wegen Pool, ey. Pool am Arsch. Pool kann ich später auch noch, ey. Schön Badehose an und dann Pool, weißt du? Hahaha. Hahaha. Weiß ich auch nicht. So. Okay. Let's go, my friends. We have the big weapons. And the big weapons have you. Keine Ahnung. So, er bemerkt uns nicht, das ist toll. Bewegt er sich noch? Nö. Es interessiert ihn aber auch nicht, dass wir eine Waffe haben, oder? Ist ihm egal, aber auch zu Recht. Typ mit der Waffe. Pfff. 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 Ne? Verstehst du? You want to stay me, boy? Hey, you stay me, ja? So. Hoffentlich dreht er sich nicht um. Nö, warum auch? Warum sollte ihm auch jemand folgen? Absurdum, ey. Wo ist denn sein Dealer? Kann der nicht einfach um die Ecke stehen? Ey, was? Was? Für eine Scheiße. So, erst mal Partner-Vlog, super. Hier rein? Hier rein, ja, okay. Nico, da rein wäre ganz nett. Danke. Jetzt müssen wir ihm aber nicht mehr unbemerkt folgen, das ist auch mal schön. Also wir können jetzt mal ganz locker flockig herangehen. Problem? Fettsacke. Ja, also Real Talk ist immer ehrlich so. Was will der denn? Ähm. Okay. Okay. Wo zur Hölle? Wo? Was machst du? Was? Was ist das für eine Wohnung hier? So, und fünften Stock auch noch rauf. Natürlich, kein Problem. Ich setze mich an den Türken von Tölz, ey. So eine Kayayana, die der Bulle von Tölz verarsche. Von wegen, ja, könnt ihr ihr Geschäft hier dem Erdgeschoss machen? In dem dritten Stock, so eine Schweinerei ist das, ja. So, was steht hier dran? Äh, Blatt... RIP Tony. Oder RIP. Tony ist wahrscheinlich eine Abkürzung für Togaloni. Okay. Oh, geil. Wollen wir dick auffahren? Ist ja schließlich Halbfinale. Was? Nee, aber wollen wir dick auffahren? Ich hatte Bock dick aufzufahren. Come on, boys. It's nothing person. Ich bin vorbeigelaufen, oder? Ah, ja. Bin ich. Ähm... Ja, ne? Wow! Der war dick! Ich bin mal raus. La, 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 la. 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 Ja, One Love. Übrigens, wenn du One Love finden willst, äh, Internet, ne? Kannst online sein, Junge. Richtig krasser Shit. Der richtig... Ouch! Hallo, es ist noch nicht, noch nicht zu Ende. Landung 10,0, ey. 10, fucking 0, Junge. Beste. Also, ich fand es gelungen, ganz ehrlich. Und da haben wir auch noch gleich Taxi. Ja, klar. Das Glück ist uns scheinbar... Das Glück will uns einmal verarschen. Ouch. Das war eine echte, das war eine Scheißaktion, Junge. Ja, das war nicht gut. Das gibt nicht mehr... Das gibt nicht mehr Punkte in der B-Note. Unfassbar. Noch ein Taxi? Nö. Ja, I'm sorry, Junge. Warum, Alter? Ich wollte doch nur ein Taxi, komm. Taxi, please. Come on, what the hell? Ach, so ein Arschloch. Nee, jetzt ehrlich mal. Muss auch mal sagen dürfen, was soll denn sowas? So. Please give me your fucking card, Junge. Ist es ein Taxi? Nö. Ist es ein Taxi? Ja! Ouch. Ey, die können ruhig anhalten, wenn ich vor dem Auto stehe. Die müssen ja nicht noch ein bisschen weiter fahren. Spastige, naja. So, to Mr. Faust, then, please. Ich hab grad richtig Durst. Scheiße, ey. So. 49 Dollar! Leck mich am Arsch! I told you where she is. I don't see why it's such a problem. Ey, stand over here. How many times do I have to tell you? Keep an eye on the fucking girl. Oh, fucking girl, is your daughter. Oh, my God. You're a terrible man. You're superstitious old crown. I'll see you in hell. Someday I'll crucify you. Oh, God. Nikobelik. Yes. Good name. Good name. Where is Dimitri? He's busy. He said he had something to do. Something. Something. Let me tell you something. Me and this guy, we were in the army together. We were in prison together. We are like brothers. Now it's always something. Always something. Always something. Yes. You want a drink? No, thank you. Well, I do. You all right? What? Mr. Fauston? No! I'm fucking angry. I'm sorry to hear that. Let me ask you something. You know her? No. Good. Because if you did, I'd fucking kill you. What? Why? She's my daughter. Ungrateful page. I bring her here. I spoil her rottenly. Raise her well. Look at this. Look. Look what I've given her. She's my daughter. Yeah. Yeah. She's very lucky to have such a loving father. She is. She's an out-of-control bitch. Because of you. You pathetic mess. But I don't accept my daughter turning into a whore. Nico. She's at Firefly Island. Go there. If she's meeting up with that bike-pimp boyfriend. Get him. Find Dimitri for me. Okay. Have him call me. Sure. Go. Alright. Okay. Jetzt muss man nix. Ja, also ich mein, wenn das kein Geschenk ist, dann weiß ich auch nicht mehr, ne? Jetzt müsste der Herr nur noch einsteigen wollen. Das wäre sehr nett, ey. Vollidiot. So, durchs Überspringen haben wir kein Problem. Okay, über hier, los und los geht's. Elf Dollar. Naja, okay, das geht in Ordnung. Und ich glaub, wir sind ganz gut ausgerüstet. Let's-a-go. Ich glaub, er will Ärger. Ich, ganz ehrlich, ich glaub, er will Ärger. Und wenn er Ärger will, soll er Ärger bekommen. Aber wir fahren ein bisschen langsam, wie wir fahren Alt-Herren-Style, würde ich sagen. Man muss ja nicht gleich so viel Tempo machen. Hoppala. Okay. Nach vorne, nach hinten, alles klar. Ich finde es aber wirklich sehr grenzwertig, hier mit dem Motorrad schnell zu fahren, weil man sehr schnell auf die Presse fliegen kann. Und das, äh, 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 das ist nicht so optimal. Und wir bleiben ja auch so ganz gut an ihm dran. Genau wegen so was. Genau wegen so einem komischen Querschläger da. Genau wegen so einem komischen Querschläger.